Hallo liebe Fans, liebe Freunde, wir sehen uns in St. Anton heute live im Postkeller. Ab 23 Uhr müsst ihr live dabei sein, da seht ihr mich on stage. Und morgen sind die Aufzeichnungen der RTL 2. Ab Regie-Hütz, mit dem Müller und mit meinem Freund Willi Herren. Zusammen werden wir abreißen und alles zermüllern. Also bis später, euer Sven Skuttley, Abriss Austria. Bevor man nach St. Anton fährt, da macht man das Auto noch sauber. Denn von den langen Touren und Strecken, die wir hatten, jetzt wird es wieder glänzig. Liebe Fans, liebe Freunde, und jetzt geht die Abfahrt los zur RTL 2 Aufzeichnung. So, ja, das wird geil, wir werden alles zermüllern. So, liebe Fans, liebe Freunde, ich werde in die Schwinkel. Schaut mal, wie viel Schwinkel er ist. wie jo occupy! Wer redet mit mir? Da muss man mal in Andrea zu kommen. Und geht das wirklich! Haha, nein, lieber nicht! Liebe avoided! Tschüss! Wir haben heute für den ersten gemeinsamen Wurz unsere ersten Wurz Ja, aber ich freue mich und jetzt total nervös! Wir rocken, wir müllern! Er ist auch ruhig. Ganz ruhig. Die sind klein. Immer Staub. Ja, auf der Haut immer. Wie klein die Welt ist, ne? Ja, weint sie, oder? Hallo! Wir sind hier in der Maske und jetzt werde ich geschminkt, damit ich einfach schön aussehe für die Kamera. Aber jetzt ist erstmal der Willi drin. Aber da ist Hopfen, du meinst verloren bei mir. Nein! Oh, nein! Hey, 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 hey! Herzl, 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 Da fragst du mich, ich singe eine Lied für dich. Oder fragst du mich aus, wir tanzen dich, die darf ich dir auf dich. Es sind herrlich für dich, du kannst dich gerne sehen, die darf ich mein Neuen für dich. Wir sind hier im Steakhaus und es gibt frische Steaks, wunderbar zubereitet hier in St. Anton. Ich muss jetzt mal meinem Duettpartner Sven Skudnig, der verrückte Slowene aus der Schweiz, ein großes Kompliment machen. Du warst großartig. Danke. Wirklich. Der hat mir heute richtig gut gefallen. Hat richtig, richtig Spaß mit ihm auf der Bühne. Also, es wird lecker gegessen. Wir wünschen euch allen einen schönen, chilligen Abend. Den werden wir auch haben. Den werden wir auch haben. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Willi Sven sehen. Bis Silvester-Sendung, dann könnt ihr es live sehen. Bis dann. Genau. Einschalten. Müller. Da sitzt der Müller. Bei einem Bier. Bei einem Bier. Es gibt die Zeit, ich Ich eile mit, der Urlaub wird ganz exzellent Ich fliege in den Orient Wen seh ich dort zum Kreuzfidel Im Wüstensand auf dem Kamel Da sitzt der Müller bei einem Bier Was macht der Müller schon wieder hier? Das ist der Krüller, wo ich auch bin Da sitzt der Müller schon mittendrin China